Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in meiner kleinen Küche. Wer solche süßen Schlabbereien wie Grießbrei oder Milchreis liebt, für den ist sicher auch dieses Milch Quinoa Dessert genau das Richtige. Bei der Zubereitung unterstützt mich heute wieder die Prep & Cook. Und hier zeige ich schon einmal die benötigten Zutaten. 150 Gramm Quinoa werden nun als erstes gründlich gewaschen. Ja und dann messe ich auch schon die flüssigen Zutaten ab. Es werden 350 Milliliter Milch und 50 Milliliter Sahne benötigt. Als erstes wird der Misch- und Rühraufsatz aufgesteckt. 350 Milliliter Milch und 50 Milliliter Sahne werden in den Mixtopf gegossen. Hinzu kommen nun 150 Gramm gewaschener Quinoa. Eine Prise Salz, 1 Esslöffel Zucker und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Der Deckel wird aufgesetzt und verriegelt. Und wie auch bei der Milchreiszubereitung, wird der im Deckel eingelassene Stöpsel entfernt. Über die manuelle Einstellung wähle ich Stufe 2 95 Grad für 25 Minuten. Ja und nun muss der Quinoa nur noch quellen. Aber so ganz lasse ich den Quinoa nun nicht ruhen, sondern über die manuelle Einstellung wähle ich Stufe 2 für 15 Minuten. Ohne Temperatureingabe. Ja und so schaut es aus, es erinnert von der Optik her wirklich an cremigen Milchreis. Der Geschmack ist aber etwas herber und kombiniert fantastisch mit den eingeweckten Kirschen. So ihr Lieben, ich hoffe der Beitrag hat euch gefallen und neugierig gemacht. Über einen lieben Kommentar und einen Daumen hoch würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja und nun noch etwas Werbung in eigener Sache. Alle von mir empfohlenen Produktlinks setze ich gerne unten in die Infobox. Ebenso den Link zu meinem Online-Shop Jana-Steinzeit, in welchem ich meine Rezepthefte anbiete. Den Anfang meiner Rezeptheft-Reihe machte Balkanküche für die Cook for Me, dem elektrischen Schnellkochtopf der Firma Krups. Liebe Grüße, bis ganz bald. Eure Jana 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 Eure Jana